ja herzlich willkommen zu meinem neuesten video und heute ist es so wieder soweit hammer time volume 6 ja ja wir hatten uns ja letztens die komtesse des grauens angeschaut und mussten feststellen dass der zu einem stapel wandert see you later alligator genau und jetzt heute in diesem video beschäftigen wir uns mit nächte des grauens ja nächte des grauens habe ich euch schon auch letztes mal gesagt ist anscheinend ein zombiefilm und der ist es auch gewesen und ja kommen wir erst mal zur story von nächte des grauens man sieht ein voodoo voodoo meister irgendwie keine ahnung irgendwo unten in der höhle oder keller und fabriziert irgendwann voodoo praktiz praktis praktissen ihr wisst schon was ich meine und ja irgendwie eine frau schreit auf und alles und dann kommt der titel nächte des grauens dann sieht man einen älteren professor der sich mit seiner tochter unterhält der hat einen brief bekommen von einem seiner schüler ehemaligen schüler der eine arztpraxis vor keine ahnung wie lange in dem guten jahr eröffnet hat in einem dorf und der erzählt von einer krankheit wo menschen nicht mehr so viel essen wollen sehr müde sind und erschöpft und dann ungefähr so nach zwei tagen plötzlich sterben ja das ist so die story von nächte des grauens und ich habe euch erzählt es kommen zombies und ihr wisst ja dann voodoo zombies leute sterben genau ja kommen erst mal so zur zur erzählweise des films der film erzählt richtig gut eigentlich so art auf eine aufdeck erzählweise auf so eine art ja den fall auflösen und kommt eigentlich ganz gut dem film rüber hat eine langsame erzählweise und aber eine mit einem guten tempo also man kriegt immer wieder ein bisschen input 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 manche sachen denke ich mir auch okay warum hat das jetzt dieses glas getan und wieder ein anderes glas das ist eine andere sache wenn man den film sieht ja der film hat eigentlich gut spannung aufgebaut man wollte halt genau wissen was warum weshalb und wenn man jetzt bedenkt übelst die zombie action leider nein bekommt man fast so gut wie nicht zu gesicht man sieht dann schon mal was und so aber wenn ihr so richtige zombie action wie dorn auf sind oder so wird ihr sowas erwartet da seid ihr auf der falschen da seid ihr an der falschen adresse eher gesagt ja wie gesagt jetzt kommt eine kleine spoiler warnung also wenn ihr nicht zuschauen wenn ihr das wenn ihr den film vielleicht mal sehen wollt was ich wahrscheinlich eher nicht bedenke da kaum welche leute diese filme anschauen es ist eine kleine spoiler warnung ja und zwar warum passiert die krankheit und warum gibt es zombies und warum macht ein gewisser gutsherr also dem das anscheinend alles gehört so eine zaubermacht zu sich also so eine voodoo kraft ja er war irgendwie mal auf haiti nein haiti nicht keine ahnung wie sowas ähnliches oder doch haiti und hat anscheinend sich diese kraft angelernt hat auch noch ein paar umpa lumpas mitgenommen und er hat eigentlich so eine art bergbau wo ich viel dran kaufen könnte also viel aus dem bergbau ausholen könnte und geld verdienen könnte aber leider arbeitet dort keiner mehr wo alle glauben der bergbau ist verflucht weil da auch nur was passiert ist und jetzt kommt er schafft sich halt diese menschen an diese zombies damit es seine willigen sklaven sind und die halt dann in diesem bergbau arbeiten zombies werden ausgepeitscht arbeitet ein bisschen schneller das ist die auflösung am ende man denkt sich nur ganz ehrlich dass da die zombies entstehen durch einen bergbau arbeit damit die da arbeiten weil anderen nicht mehr dort arbeiten weil zum verfluchts und jetzt sterben die anderen weil sie doch nicht mehr arbeiten also ganz ehrlich der film hat echt eine gute atmosphäre aufgebaut aber dieser schluss hat alles verdorben ich wollte diesen film eine sieben von zehn geben aber die hat er für mich nicht verdient so falls vielleicht wieder welche reinschalten der spoiler ist vorbei ja wie gesagt das ändert mich total total ne überhaupt nicht meins überhaupt nicht meins äh das war das war so ein abfuck dann das ende ich dachte mir auch so ne ne das alles verdorben das hat so schön aufgebaut natürlich gab es immer hier und da hat details wo man dachte okay was soll der mist aber trotzdem der film hat so gut aufgebaut und dann kriegt man so ein ende kassiert leute ich dachte mir so ey what the fuck ist los ja dann ähm so gut ähm dann bewertet ihr auch immer filme auch noch von darstellerische leistungen und so die war top die musik war auch richtig gut gelungen für diesen film muss ich sagen aber jo tut mir echt leid äh der film bekommt von mir nur sechs von zehn punkte und ich war wie ich den film angeschaut habe bei meinem kopf ist mir immer so bleiben nicht bleiben so geht es oft bei manchen filmen oder so kann ich ihn wieder anschauen und so aber nach diesem ende habe ich einfach keinen bock diesen film nochmal anzuschauen also sechs von zehn punkte er hätte echt höher werden können hat so eine tolle atmosphäre gehabt er hat so gut aufgebaut es war so auch eine art spannung drin eigentlich diese auflöse man denkt warum und dann kriegt man auf einmal so was hingeklatscht dann hat man so richtig in der auflöse du siehst es halt nur du siehst es halt nur was passiert war also warum ist passiert warum das so gemacht worden ist du siehst du siehst es wurde nicht immer richtig gescheit erklärt das war es und dann ende und nein leute wieder ein film der rausfliegt ja der rausfliegt stapel wird immer immer mehr ja gut wir sind schon wieder am ende angelangt ich hoffe diese review hat euch gefallen ähm als nächstes schauen wir uns frankensteins ungeheuer an bleib stehen ich hoffe dieser film gibt mir ein bisschen mehr was ich will sieht interessant aus wir haben peter cashing wir haben frankenstein er ist dr frankenstein anschein und ich habe noch nie also nicht dass ich mein gedächtnis habe noch nie einen frankenstein film gesehen mit peter cashing oder so wie gesagt die einzigen hämmer filme waren für mich dracula und flug von siniestro und vielleicht mal nebenbei war es vielleicht auch noch dracula und seine bräude der auch noch hier dazu kommt aber im gedächtnis habe ich ihn nicht und als nächstes kommt frankensteins ungeheuer seid also gespannt freut euch auf nächsten tag wenn es wieder heißt hammer time und ich hoffe diese review hat euch gefallen und ich sage dann mal ciao bis zum nächsten mal